Das machen kann, ok? Ich schmiede mich hier und zeige es mal kurz. Okay. User joined your channel. Hi. Moin, ich bin Flo. Uh. Was ist das? War mal, hörst du dich nicht so an? Ja, ja, meine Stimme ist gerade ein bisschen broke. User entered your channel. User left your channel. Hey, wüsst du, wenn der Track support offen hat? Dann hatten wir das letzte Mal offen gehabt. Okay. War der eigentlich täglich offen, oder wie? User entered your channel. Wollah, hm. User disconnected from your channel. Na, egal. Gut, danke, ich ziehe. User left your channel. Hm. User left your channel. 5 Minuten sind rum, ja? Ja. Ja. User entered your channel. User entered your channel. User entered your channel. User was moved out of your channel. User entered your channel. User left your channel. User left your channel. Also, ich habe es gerade probiert, gell? Was hast du gemacht, Lul? Und, ähm, ich weiß nicht, wie es geht. Ich habe jetzt noch mal einen Stream gemacht und werde es jetzt noch mal sagen. Okay? Aber jetzt wird auch der Niveau. Warum? Ich habe also gar kein Video gemacht. Wir können es ja jetzt noch mal sagen. Ich könnte dich jetzt so scammen, aber ich mache es nicht. Ich will dich ja auch nicht scammen. Doch. Nein. Ich weiß es ganz genau. Will ich halt echt nicht. Ich weiß es ganz genau. Ganz genau. Hey? Haha. Oooh. Vielen Dank.